Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün! Heute mit der Pokémon Liga. Die Top 4 wartet auf uns. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Danke. Kein Offscreen-Training. Ich denke, wir sind ganz gut gerüstet. Ich hab Sibereo in erste Stelle gesetzt, weil Lorelei beginnt mit Yugong. Außerdem, was die Items angeht, schauen wir nochmal ganz kurz. Was ich so hatte, Schattenglas verstärkt. Und Lichtattacken und das ist halt für Blizzards Biss. Dafür hat Saskia jetzt den EP-Teiler, weil sie hat den niedrigsten Level. Ja, das Moveset von Like a Boss nicht so wirklich großartig. Immer noch Ruck-Zuck-Kieb und Sandwirbel. Aber Shige ist gut dabei. Ja, mit Blizzard und Surfer. Fett bewaffnet, auch er hätte Schattenglas bekommen können. Und Gingo, Diktriat jetzt Flink-Klaue, weil seine Initiative nicht die allerbeste ist. Tja, Freunde, stürzen wir uns rein. Wir haben ja auch ein paar Beleber und Tränke gekauft. Los geht's. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eis-Attacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Ha, ha, ha. Bist du bereit? Glaubst du doch wohl selbst nicht. Fast alle deine Eis-Pokémon sind gleichzeitig auch Wasser-Pokémon. Du hast keine Chance, Rotschopf. Okay. Nein, die Pokémon-Liga werden wir ein bisschen genießen. Oh. Der Level gibt mir zu denken. Hoffentlich sind nicht alle so krass drauf. Wir machen lieber Gleis-Donner. Was wollen wir jetzt noch für Sparbrötchen backen, ja? Und? Hm, habe ich schon fast befürchtet, dass sowas eintrifft, immerhin paralysiert. Also wenn der Level doch so hoch ist, dann haben wir vielleicht doch ein, zwei Probleme. Mein Gott. Wir nehmen's, wie's ist. Top-Genesung. So siehst du aus, was? Aber mal sehen, ob zwei Donnerblitze auch für einen Two-Hit-Kill sorgen könnten. Leider auch die Paralyse weg. Ja, definitiv. Dann machen wir das so. Gut, oder? Und tschüss, Mann. Geh baden. Das war das erste von fünf. Okay. Yay, immerhin. Wie gesagt, EP-Teiler. Feuerwirbel? Na. Ich mag Feuerwirbel gar nicht. Zumindest in der ersten Generation. War das ziemlich doof. Naja. Huck-Zuck-Keep. 40. Schwierige Entscheidung, aber wir haben schon Flammenwurf und Feuersturm. Und ich mag Feuerwirbel nicht. Also, wir lassen's. Austaus. Auch das ist eigentlich überhaupt kein Eis-Pokémon, oder? Ich glaube nicht. Ja, wir machen's mit normalen Donnerblitz. Die AP für Donner könnten wir noch für andere Sachen benutzen. Ja, ich hätte ja auch meine Sonderbonbons verbraten können, aber die hebe ich mir dann auf für die Pokémon-Liga-Rückkämpfe. So, Austaus ging mal richtig schön gut. Obwohl ich nur den schwachen Donnerblitz eingesetzt habe und nicht etwa Donner, ging Austaus sofort down. Oh, ein Larmus wird sich nicht so einfach als Boxhorn jagen lassen, da bin ich mir sehr sicher. Weil der ist um einiges härter. Aber gut, dass er Amnesty macht. Jetzt kann ich ihn erledigen. Bringt dir alles nichts. So stark ist seine Spezialverteidigung jetzt nicht gestiegen. Das sieht so aus, als würden wir hier eine gute Rolle spielen. Aber noch ist nichts gewonnen. Tiefstapeln. Labras. Oh, Labras ist ein harter Procken. Kann man schon mal so stehen lassen. Level 54. Alter Verwalter. Unsere Pokémon kriegen ganz schön EP, wenn sie das packen alles. Und so soll's ja auch sein, nicht wahr? Kung-Fu-Strahl. Wenn wir treffen, geht auch Labras down. Das wäre schon eine beachtliche... Muaah, blöde Beere. Tja, jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Macht Donner und ich hoffe, es reicht. Wenn du die Überbrüderung überhaupt... ...dich widersetzen kannst. Oh Gott. Worst Case. Solltest du trotzdem überleben, oder? Jetzt komm schon. Ah! Verzeihung. Das war Worst Case. Na toll. Das ist natürlich jetzt doof. Wir haben mit Nimi auch ein Pflanzen-Pokémon. Was sehr effektiv sein könnte gegenüber Labras. Der Nachteil ist, Labras setzt andauernd Eisattacken ein. Deswegen Turtok. Ja, also wohl Nona. Können sich zwar besser widersetzen, aber... ...ne, wie das halt so ist. Versuch's mit Stärke. Wie viel kannst du damit abziehen? Erschreckend. Erschreckend. Oh, Paralyse. Ähm, Surferbiss. Ja, leider hat ja wirklich Blitzer den... ...das Schattenglas bekommen. Das ist natürlich doof. Mal gucken. Was du trotzdem abziehst. Kann auch nicht allzu viel sein. Bis es jetzt keine besonders starke Attacke... Blizzard! Ja, ich war mir schon bewusst, dass Labras jetzt nicht ohne ist. Ja, Gingo und Nimi haben absolut keine Chance gegenüber Eis. Und auch Laike Bors nicht. Oh Gott. Und Surfer kann's auch. Das ist sehr schlecht für Saskia. Ach, du erlebst ein bisschen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wenn Blitzer erstmal erledigt ist... ...sieht das nicht allzu gut aus. Giga-Sauger. Wir müssen hoffen, dass Nimi einmal überlebt. Ich weiß, es ist sehr effektiv, aber halt durch! Wow! Oh Gott, das will... ...lass es reichen! Um 4 Kp, Leute! Was eine Dramatik. Yes, Baby! Volltreffer! Geil gemacht, oder? Da werden wir so langsam die Möglichkeiten ausgegangen. Ich hab doch niemals an Nimi gezweifelt. So, Rosanna ist jetzt zur Abwechslung mal kein Wasser-Pokémon. Da haben wir Saskia dafür. Rosanna ist Eis-Psycho, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf jeden Fall kein Wasser. Können wir wirklich mal mit Feuer angreifen. Ja, das denkst du dir immer so. Gerade bei Lorelei, ne? Dass du Feuer-Pokémon gegen eine Eis-Pokémon-Trainerin einsetzen willst. Aber wenn die alles nur Labras und Austaus hat und so weiter. So. Man machte hier auch... Rosannas Gesicht ist ja Lila. Früher war das ja schwarz. Aber aufgrund des angeblichen Rassismus in Pokémon-Spielen. Weil Rosanna schwarz war. Und Rosanna ein Lila in das Gesicht gegeben ist. Das sieht man hier sehr deutlich. Die haben Probleme. Lorelei ist besiegt. Halb so schlimm gewesen. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Okay, trotz allem muss ich schon mal mit dem ganzen Zeug um mich schmeißen. 44 Bläber, so ein bisschen sehr viel. Aber soll mir recht sein. Pimpen wir unsere Pokémon auch wieder auf. Auch wenn ich glaube, dass der zweite, Bruno, an und für sich der einfachste, der Topf hier ist. Und dann noch andere. Ich gucke mal kurz nach. Nach anderem Superschutz. Nein. Ich bin Hyperdrank. Zwei Hyperdränke. Gut. Benutzen wir die doch glatt. Also der entscheidende Punkt hier in dem Kampf war einfach, dass Nimi tatsächlich ganz knapp den Eisstrahl von Lapras überlebt hat. Ich finde ich eine super Sache. Topf belebe auch sehr gut. Also so ist eben uns wirklich noch auf Topf beleber. Ich könnte in den Rückkämpfen der Topf hier oder der Pokémon Liga, sagen wir es so, noch entscheidend werden. Zeit für Bruno. Da tun wir Tortock an erster Stelle. Ja, im Moment mal, lass mich überlegen. Ich bin mir nicht sicher, er hat auf jeden Fall zwei Onyx und deswegen greifen wir zu Tortock. Für die anderen könnte Like a Boss eine gute Rolle spielen. Ich gehöre zu den Topf 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Markus, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Keine Panik, du alter Wasserfall-Sitzer. Bam. 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 Sag ich doch, er fängt mit Onyx an. Exzellent gemacht. Den wegzuspülen sollte echt kein Problem sein mit Surfer. Beide Onyx. Können sich da bestimmt nicht dagegen widersetzen. Ok. Nokcan. Jetzt bin ich wirklich am überlegen. Ah, was könnte effektiver sein als Like a Boss und sein Flügelschlag? Ja, das muss ich auch gesagt haben. Eigentlich kann der ja kaum attacken, ne? Flügelschlag fliegen, fast dasselbe, ne? Nur fliegen halt zwei Runden. Naja. Ach, das kriegt er hin. Two-Hit-Kill. Das ist nicht effektiv. Was? Normal? Ach, stimmt. Oh mein Gott. Ja, Taubsi, Tauboga und Taubos sind ja nicht nur Flug, sondern auf Typ normal. Und auf normal ist Kampf natürlich sehr effektiv. Irgendwie sinnfrei. Taubsi, Tauboga und Taubos sind für mich die Flug-Pokémon, oder? Was würdet ihr sagen? Die hätte man auch nur von Typ normal, äh, nur von Typ Flug sein lassen können. Naja. So, er zückt gleich seinen besten Joker. Da habe ich noch ein bisschen Angst, der Bruno. Macho mai. Oh Gott, das geht nicht so einfach, leider. Ah, okay, damit hat er... Ah ja, gut, hab verstanden. Was machen wir denn jetzt? Gingo, los, du bist Level 50, Mann. Und er kann Erdbeben. Das sollte die Kampf-Pokémon ebenfalls aussehen. Die Zocken hauen. Dann... Was? No way. Oh. Dann bleiben wir bei Tourtalk. Der ist ja auch schön neutral, denen gegenüber. Und Surfer ist schon mächtig. Blizzard heben wir uns auf. Ja, definitiv. Ihr wisst wofür. Da kommen noch ein paar Drachen-Pokémon. Was hält denn der alles aus? Nicht schlecht, ey. Richtig gut. Nee, oder? Das ist ja doch alte Langweiler. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Nicht viele, ne? Wir werden halt mal mit, äh... Surfer spammen. Oh my God! Seit wann ist der so stark? Der Macho Mai? Okay, nee, aber das muss viermal. Verdammt! Hm. Hm, 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 hm. Verdammt! Das ist viel schwieriger, als ich angenommen hatte. Das kann ich nicht anders sagen. Los, Donner. Hau ihn doch aus den Socken! Siberio, bitte! Dankeschön. Sehr guter Gnadenstoß. Gegen das andere Onyx ist der natürlich aufgeschmissen. Das ist ganz klar. Agilität? Jetzt? Nein. Vergiss es. Es war mir leid, dass er jetzt mit Onyx angetanzt kommt. Aber zum Glück haben wir ja noch einen Nimi. Sollte ebenfalls ganz kurz einen Prozess machen. Ja, Rasierblatt. Ah, nicht schlecht. Aber wir sollten es überleben. Gut. Aber auch die Chance, dass Onyx Rasierblatt überlebt, ist gegeben. Nee, dann halt nicht. Ja, ich hab dich überschätzt. Okay, Kiki. Ja, ein probates Mittel haben wir nicht. Aber wir werden ihn schon mit unseren letzten drei Pokémon down kriegen. Was hältst du von Gift? Sehr gut. Hab ich mir schon fast gedacht. Die Beteiligung sinkt. Das lief man doch immer gerne. Nochmal. Hahaha. Sehr gut. Aber zwar nicht, dass wir... Wow. Na, exzellent. Gute Arbeit. Hab ich jetzt nicht gedacht, dass du es schaffst, aber... Passiert. Ist passiert. Konnte ich verlieren. Okay. Okay. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Ich würde sagen, einen kriegen wir noch. Oder besser... Ah, nee. Es ist Lorelei. Äh, nee, Quatsch. Agathe. Ähm, ich hab mir gedacht, ich ändere immer das Motiv wieder. Hehe. Und zwar... Das war ganz nett. So. Ja, schon. Es sind Opfer gefallen. Zweifelsohne. Machen wir das ganz schnell mal wieder. Machen wir es wieder auf die Beine. Die gutesten. Ja, und Agathe, die gleich kommt, waren wir sich nie sicher. Irgendwo hieße Agathe und anderswo Agathe. Ich glaub Agathe ist der richtige Name. Soll ich jetzt machen? War das ging, wo der Down war? Ich hab blöd geguckt gerade. Sorry. Ähm, Tränke, Tränke, Tränke. Äh, hmm. Einen Top-Trank haben wir noch. Tja, mit einem perfekten Team könnte man es wohl auch gut hinbekommen. Das Ganze ohne Heilung zu machen, das ist in meinen Augen so die richtige Challenge. Bei der Top 4. Aber ganz im Ernst. Ihr seht es ja, ihr merkt es ja. Nee, nee. Oha, ich hab gar nicht so viele Tränke. Wisst ihr das? Ich hab zwar viele... Oh ja. Ich hab nicht so viele... Top-Genesung. Uiuiui. Naja, wir sind vorbereitet. Was war denn das erste Pokémon von Agathe? Ähm, boah, ich weiß es nicht. Also sie vertraut auf Geist. Wir haben Unlicht. Unlicht auf Geist. Funktioniert das überhaupt? Mit Turtok haben wir einen guten Start. Also los. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich Eich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Charten seiner selbst. Heute kümmert sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Merkos, ich zeige dir, wie er richtiger Trainer kämpft. Du, alte Schachtel. Bam. Bah, dadadam. Okay. Gengar. Äh, Geist-Pokémon verstehe ich ehrlich gesagt. Wenig Spaß, ne? Jetzt gucke ich mal, was mit Unlicht los war. War Unlicht effektiv? Ich glaube schon, ne? Kannst du auch glauben. Okay. Ich denke mal, dass sich Blitzer noch besser verkaufen wird. Als es Turtok hier tut. Oh, ich hoffe, dass der Dritte ausreicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass Gengar ganz knapp überlebt. Das wäre so ärgerlich. Aber es war ein Volltreffer. Danke, vielen Dank. Gut. Das hätten wir schon mal. Nix ist Golbert. Ganz klar, wir wechseln um auf Sibirio. Blitzer, los. Golbert. Hm, Donner? Oder Donner-Blitz? Na, ich entscheide mich für Donner-Blitz. Klar, ist das eine Angelegenheit hier? Ach, komm schon. Wenn man paralysiert, muss man halt nur hoffen, dass es kein... Verdammt. Dass es keine Turt-Genesung gibt, aber... Pfff. Wovon träumt ihr nachts? Naja, nicht schlimm. Ruck zurück ist der Down. Ich sehe in Golbert jetzt keine große Herausforderung. Auch wenn Golbert nicht unbedingt ein Geist-Pokémon ist. Reus berhust. Verschwinde. Passt aber so ein bisschen ins Bild. Es gab ja damals nur drei Geister-Pokémon. Nebula, Galpolo und Gengar. Ich meine hier nur. Arbok. Ja, dann werde ich Sibirio nicht für Arbok, ähm... wegpfeffern. Sondern die Schlange muss ein paar Erdbeben aushalten. Mal sehen, ob wir den Erstschlag haben. Ich denke mal an die Flink-Klaue. Okay. Definitiv Erstschlag dank Flink-Klaue. Und... Okay. Zweimal. Zweimal. Und Gingo ist der Held des Tages. Zumindest was Arbok angeht. Und... Geil! Auch das hätten wir erledigt. Alpolo. Da hat Diktri kaum eine Chance. Aber... Sibirio wird beißen. Auch mal zur Erinnerung. Sibirio auch mit... Schattenklaas. Verstärkt-Undicht-Attacken. Bin ich bescheuert? Da ist Biss. Ich hab gesagt, wo ist Biss? Sehr gut. Okay. Da hat Alpolo schon mal nix zu melden. Aber es war auch ein Volltreffer. Muss man auch mal dazu sagen. Okay. Ging, geil. Es ist schon das Letzte. Es ist tatsächlich schon das Letzte. Ging doch eigentlich ganz zackig hier. Da verstehe ich nicht wirklich Spaß. Ähm... Hyperheiler. Was soll's? Was soll ich schon warten, Freunde? Oder haben wir Aufwecker irgendwo? Da tatsächlich zwei Stück. Na dann. Weg mit dem Kleidzeug. Funktioniert nur Nachtmarr, wenn der Gegner schläft. Ja, weiß man, wie lange das noch machen willst, Gengar. Meinetwegen. Kann das Spiel spielen? Wo auch immer im Spiel wir die beiden Aufwecker gefunden haben, die wir gerade einsetzen. Jetzt ist ihre große Zeit gekommen. Spukball. Okay. Standardgeistattacke. What the hell? In Gottes Namen. Der Plan geht nicht auf, weil Gengar 11 Level höher ist. Naja. Gut. Like a boss. Versuch, was du kannst. Und zwar Flugattacken wie, sag mal, Leckenstoff. Ich hasse Hypnose, Mann. Wenn der Gegner so auf mich einsetzt. Wenn ich Hypnose einsetze, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm. Ähm. Überheiler. Toll. Drei Stück? Ernsthaft? Tolle Wurst. Jetzt lass doch mal die Scherzchen bleiben und kämpf. Wie soll ich da zum Kampf kommen? Okay. Ich werde keine weiteren Heil-Items einsetzen und hoffen, dass Like a Boss schnell aufwacht. Ah. Nachtmah. Wie ärgerlich. Alter Begriff für Albtraum. So. Uralter. Albtraum. Ja, der kann walten und schalten, wie es ihm passt. Yes! Wenigstens mal ein Treffer. Sehr gut. Mein insgeheimer Plan ist mal aufgegangen. Und zwar... Ha! Schade. Dass wir ihn nicht so aufwecken. Sondern so kann er dann nicht reagieren. Ist jetzt natürlich interessant hier. Gingo hat die Flinke. Klaue. Wie es mit Erdbeben. Nee. Gengar. Warum hat Gengar Schwebe? Kann man das mal jemand erklären? Ich habe mir... Ich habe es schon mir im Kopf überlegt. Hat er vielleicht Schwebe? Kann nicht sein. Er steht auf dem Boden. Skandal. Echt kacke. Sollte man schon ein bisschen mehr auf die Pokémon eingehen. Nebula, Konopolo? Ganz klar. Aber Gengar steht eigentlich auf dem Boden. So. Hm. Los. Das wird knifflig. Das wird verdammt hart hier. Schlafpuder. No way. Ich gehe mal davon aus, dass in der ersten Runde jetzt Nimi nicht sofort aufwacht. Top-Belieber. Die Situation ist angespannt. Wann, wenn nicht jetzt? Wen sollten wir beleben? Sibirio. Mit seinem Schattenglas. Nimi kann ohne nichts tun. Alter! Okay, ein Volltreffer. Das erklärt wenigstens einiges. So, aber Top-Leber sind sau selten. Top-Leber kann man ja nicht mal kaufen. Machen wir das mal so. Ja, Nimi wäre nicht auf. Okay, Sibirio. Los! Biss! Ja, da sitzt keine Hypnose ein. Die Matschbombe ist ganz schön stark. Eine zweite könnte uns schon besiegen. Ich bete. Was machst du denn schon wieder? Warum haben die so beknackte blöde Bären? Sibirio. Wenn, dann hätte er mit einem KP überlebt. Das war nämlich ganz knapp gerade die Hälfte. Boah! Ich weiß nicht genau. Ist auch schwierig hier. Um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der mit seiner Hypnose macht natürlich alles kaputt. Ich bin sehr gespannt. Ist das das Ende für Turtok? Ja. Erlebt noch einen wieder. Das ist halt so. Eklig ich jetzt. Will gut überlegt sein. Das hilft zu deinen Händen bedeuten. Volltreffer. Wäre doch nicht nötig gewesen. So. Du hast noch volle Energie. Bitte. Hau drauf. Feuersturm. Warum trifft er eigentlich jedes Mal immer ausnahmslos? Hä? Leute. Ist doch nicht schön. Top Genesung. Haben wir nicht viel, ne? Okay. Überstehe ein paar Runden, bitte. Schade, dass ich mich jetzt hier schon quasi so anstelle, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt wieder in eine prekäre Situation gebracht. Und ich frage mich, ob mir das Kunststückchen gelingt, hier überhaupt als Sieger aus dem Kampf zu gehen. Größte Angst, die ich jetzt habe, ist, dass wir eben KP abziehen, bis an den Punkt, wo dann Hypertrank eingesetzt wird. Aber wer kommt nicht dazu? Hören uns mit, mit, mit. Dose voll im Griff? Leider. Was soll ich machen? Ich kann nicht mit Tränken umschmeißen, ist das ganz klar. Aber das muss bald nötig sein. Ganz ehrlich. Wenn nur die Hälfte seiner KP hat. Es würde das nicht gut ausgehen. Surfer. Leute, was soll ich machen? Ich kann doch niemals angreifen. Das ist mein Problem. Ich kann nicht angreifen, weil der immer sofort Hypnose macht. Ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt draus lösen kann. Eigentlich fällt mir nichts ein. die Pokémon überleben auch Matsch Bombe nicht. Wie viele AP hat Hypnose? War so gefragt. Der müsste ja bald fertig sein. Er ist aber wenigstens so schlau und setzt Hypnose nur ein, wenn man quasi noch Energie wenn man nicht schläft. So wollte ich das sagen. Ich kann noch gar nichts. Leute, es ist jetzt mal ernsthaft. Klar, wenn meine Pokémon stärker werden und sie könnten sich widersetzen. Why not? Deswegen werden wir auch Totokai erscheint der einzige zu sein, der sich widersetzen kann. Top Genesung machen. Top Leber. Top Leber werden wir noch so brauchen. Das müsste Wulnona aushalten. Top Genesung für Wulnona. Dann wird Wulnona angreifen können. Hoffe ich. Wenn wir noch mal angreifen dürfen. Springende Punkt. Yes! Jetzt aber du, bitte. Wir, nicht. Danke. Was wird ihn nicht umbringen? Das wird nicht reichen. Oh mein Gott. Ruck zu geben! Nein! Ach, bin ich blöd, Ruck zu geben? Ich bin so blöd, ich bin zu blöd! Tut mir leid, oh mein Gott, ja, ich bin so blöd, entschuldigt. Entschuldigt! da geht's! Da geht ich bloß einmal daneben. Ich google bald, wie viel, wie viel AP das hat, Sogar nicht, Ruckzuck sch blocked, boah. Okay, betroffenen Pokémon und müssen durchschalten. Und zwar Siberia und Turtac. Die können ihm am meisten Schaden zufügen. Ei, 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 ei. Machen wir eben noch die dritte Trainerin auch, ne? Und vorbeigehen. Bis zu diesem Gang hat doch alles gut geklappt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe halt, dass Siberia jetzt mal ein bisschen was durchstellt. Was soll ich denn sonst anderes machen? Und schnell wieder aufwacht. Andere Möglichkeiten habe ich nicht auszuprobieren. Wach bitte auf, Mann! Dankeschön. Ein Volltreffer! Klar! Wenn es läuft, dann läuft es. So, mal gut hier. Endlich mal! Da! Das ist der mit seiner beknackten Top-Genesung. Das muss doch nicht sein, sowas. Die Situation ist schon sehr scharf, muss man nur sagen. Ja, Turtac wird aber durchschalten. Der ist schon stark. Der hat schon eine Verteidigung. Nichts zu verachten. Der darf er noch früher angreifen, als wir. Es ist ja echt nicht feierlich. Das freut mich auch zu lesen, dass du da so ein Mittagsschläfchen hältst. Keine Idee, Leute. Ich kann nur hoffen, dass das wirklich... Das bald mal fertig ist. Die AP von Hypnose, weil das ist nicht... Nicht so... Nicht so... Nicht so schön. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Irgendjemand eine Idee, was ich machen soll? Warten, bis Hypnose weg ist. Ich habe mehr Beleber, als der Hypnose einsetzen kann. Ich glaube es da aber. Ich werde jetzt bald verzweifeln. Ein zweiter Biss von Turtac und dann der Biss vom Blitzer und es ist erledigt. Wie es langweilt. Wie es langweilt. Wir müssen ihn doch irgendwo... Unglaublich. Unfassbar. Ich kotze. Man, man, man. Ja, das ist schon clever gemacht von Gengar, natürlich. Hypnose, 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 Hypnose. Mann! Das wäre mir zu lame, so eine Taktik. Lieber verliere ich als so zu langweilen. Das ist doch nicht zu glauben. Hm, setzt noch mal Hypnose ein. Warum? Hast du keine AP mehr für den Rest? Das würde ich echt fast vermuten, du. Weil der macht das nicht von allein. Sobald Gengar anfängt, Verzweifel einzusetzen, haben wir es doch geschafft. Mal sehen, ob er jetzt wieder und wieder und wieder Hypnose einsetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die ganzen anderen AP schon aufgebraucht sind. Nee. Schade. Das wäre was gewesen. Ist aufgewacht! Hey, Nimi, was geht denn ab? Schade, kein bisschen effektiv. Okay. Was? Was geht mit dem ab? Keine Hypnose? Dann bin ich jetzt dran. Du Arsch. Okay, schnell wechseln und hoffen, dass er ein bisschen schläft. Damit Siberio zubeißen kann. Oh, bitte, bitte, Brigitte. Seine eigenen Waffen geschlagen. Yes. Oh, jetzt wird gekaut, sag ich dir. Jetzt wird gekaut. Schön, wie fühlt sich das an, hä? Nein. Yes. Da geht er down. Boah, Leute. Was sollte das denn? Ganz im Ernst. Okay. Clever. Nimi hat's geschafft, Gänger einzuschläfern. Trägt jeder EP. Und damit habe ich's geschafft. Aber wirklich eine knifflige Situation. Clever von Agatha. Du hast gewonnen. Nur verstehe ich, was der Professor meinte. Ich seh mir im Vorland ganz zu. Setze den Weg fort. Jo, Moment. Ih, das sieht doof aus. Heilen. Das muss noch sein. Ja, schon wieder so ein langer Patsch. Hab' ich gedacht, oh, top vier, machen wir nicht so lange Parts? Aber das hätte ich nicht gedacht, dass es so läuft. Ja, schwierig. Was macht man jetzt am besten? Weil leider nicht so viele Heilsachen haben. Sechs Stück. Toll. Also du auf jeden Fall. Gell? Warum war ich so blöd? Hab' nicht alle geheilt. Sibirio auch auf jeden Fall. Und Turtok. Und Saskia. Kann es sein, dass wir... Ich weiß nicht mehr. Wir können nach Siegfried auch nochmal heilen, gell? Okay, dann stelle ich noch Sibirio an erster Stelle. Und das war's dann für heute. Wenn's gefallen, dann Daumen hoch. Nicht vergessen. Und wir sehen uns wieder beim Grande Finale. Bis dann. Ciao.